Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kugis Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Luftbilder ohne einen Raumbezug in Kugis an die richtige Stelle bekommt und den Raumbezug dann speichert. Bevor wir loslegen, beachtet bitte wie immer die Videobeschreibung, denn dort findet ihr Zeitstempel und nützliche Links, wie beispielsweise zu kostenlosen Geodaten oder zu unserer Webseite. Wenn ihr Unterstützung für eure GIS-Projekte benötigt, besucht uns dort gerne und wir würden uns freuen, in Zukunft mit euch zusammenzuarbeiten. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß mit diesem Video. Ja, ich habe mir ein historisches Luftbild vom Geodatenportal Sachsen-Anhalt besorgt. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Dieses Luftbild ist von der Zeit irgendwo zwischen 1937 und 1944. Und das hat jetzt hier keinen Raumbezug. Und wenn ich jetzt hier dieses Luftbild einmal hier meinem Projekt hinzufüge, dann kommt hier auch schon eine Fehlermeldung, dass das Koordinatensystem undefiniert war und jetzt hier auf die 25.8.3.2 gesetzt wurde. Ich kann jetzt hier auch einmal auf das Bild zoomen. Wir sehen, ja, das ist schwarz-weiß und schon ein bisschen in die Tage gekommen. Und wenn ich jetzt hier einmal rauszoome, dann sehen wir, dass ich jetzt hier irgendwo vor Afrika bin. Das ist natürlich falsch. Und wir werden das Luftbild jetzt an die richtige Stelle buchsieren. Ein Luftbild ohne, ja, Georeferenzierung an die richtige Stelle zu verschieben, nennt sich dann Georeferenzierung. Und, ja, wie wir das machen, sehen wir dann jetzt sofort. Bevor wir loslegen, schmeiße ich jetzt hier erstmal unser Luftbild nochmal raus und gehe nochmal zurück zum Anfang, Anfangsextend, denn, ja, dort ungefähr befindet sich dann hier das Luftbild. Um die Georeferenzierung dann durchzuführen, gibt es eben das Werkzeug Georeferenzierung und das finden wir hier im Menü Layer hier unter Georeferenzierung. Es geht dann hier dieses Fenster auf und als ersten Schritt möchte ich dann hier mal unser Luftbild laden. Das geht dann hier unter dieser Schaltfläche. Ich bin jetzt hier schon im Projektverzeichnis. Hier befindet sich dann, oder das ist hier mein Luftbild und mit einem Doppelklick kann ich das dann hier laden. Ich habe jetzt hier zunächst auch mal ein Handwerkzeug und auch hier kann ich jetzt mein Luftbild verschieben beziehungsweise auch hier mit der Maus oder mit dem Mausrad rein- und rauszoomen. Wenn wir uns hier das Luftbild mal anschauen, wir sehen, dass wir hier so diesen Straßenring haben, den haben wir hier oben und aber auch hier an den Straßen können wir uns hier weiter orientieren und sehen, dass wir dann hier an der richtigen Stelle sind. Was auch gut ist, ich kann hier auch nebenbei hier in meinem Kugelsprojekt, kann ich hier ja meinen Kartenausschnitt greifen, kann ihn verschieben und kann hier aber auch rein- und rauszoomen. Um das Luftbild nun hier an die richtige Stelle zu bekommen, müssen wir hier Passpunkte vergeben. Passpunkte sind eben Punkte hier zwischen unserem Luftbild ohne Georeferenzierung und hier Punkten hier auf einer georeferenzierten Karte, damit Kugels dann weiß, wo es hier das Bild im Endeffekt hinschieben muss. Die Passpunkte können im Endeffekt auch über zwei Methoden definiert werden. Einmal über Koordinaten, wenn man die denn vom jeweiligen Passpunkt hat, oder hier eben händisch, dass man eben hier eine Zuweisung macht. Der Punkt hier zum Beispiel in diesem Luftbild, wo hier die Straßen aufeinandertreffen, befindet sich dann auch hier, beziehungsweise hier in unserer georeferenzierten Karte und genau, dadurch kann Kugels dann die Einpassung vornehmen. Setzen wir dann mal den ersten Passpunkt und das können wir dann hier über diese Schaltfläche tun. Wenn jetzt hier unser Werkzeug aktiv ist, seht ihr, auch mein Mauszeiger ändert sich hier in so ein Fadenkreuz und ich möchte jetzt mal hier den ersten Passpunkt setzen. Und zwar nehme ich mir hier diese Verkehrsinsel, die wir auch hier haben und ich würde euch ein bisschen empfehlen, hier immer parallel zu schauen, um auch zu gucken, ob sich hier die Passpunkte dann anbieten. Ich klicke jetzt einfach hier auf die Verkehrsinsel und es öffnet sich dann hier noch ein Fenster und ich kann hier einmal die Koordinaten eingeben, sofern ich sie denn hätte. Ich kann hier aber auch hier mit dieser Schaltfläche aus Kartenansicht hier das Ganze wählen, beziehungsweise den zweiten Passpunkt setzen und wir haben hier noch eine Option mit dem Haken, dass wir hier sagen, dieses Georeferenzierungsfenster soll sich hier automatisch verbergen. Das eignet sich, wenn man ja nur einen oder einen kleinen Bildschirm hat. Ich lasse das hier erstmal aktiv. Wenn ich dann hier sage, ich möchte dann hier meinen Passpunkt auswählen, verschwindet hier das Georeferenzierungsfenster erstmal und ich kann jetzt hier schön meine Karte sehen und kann jetzt hier den Punkt setzen. Habe ich den Punkt gesetzt, kommt mein Fenster wieder. Ich möchte das jetzt hier aber erstmal stehen lassen und genau, die ersten beiden Punkte habe ich gesetzt und ich bestätige das jetzt mit OK und nun wird hier mein, ja, Punktepaar hier in der Passpunktetabelle aufgeführt und genau, ich kann die jeweiligen Punkte hier auch aktiv schalten oder auch wieder deaktivieren. Setzen wir vielleicht mal noch einen zweiten Punkt und ich nutze jetzt hier mal so diese Straßenkreuzungen oder Straßenkreuzungen generell und auch hier, ich fahre jetzt hier mal parallel und wir sehen hier, diese Straßenkreuzung wird sich jetzt nicht ganz eignen, da ich jetzt hier den Punkt nicht genau setzen kann, da ich jetzt hier, oder da jetzt hier ein Baum gewachsen ist und man den nicht so gut sieht, genau, da muss man dann gucken, welche Punkte sich eignen. Grundsätzlich sind vielleicht auch, oder Straßenkreuzungen sind nicht schlecht, da muss man dann gucken, dass man den Punkt recht gut setzt. Vielleicht noch ein bisschen besser geeignet sind hier manche Gebäudespitzen oder Ecken, aber auch hier kommt es dann immer darauf an, wie das, ja, Luftbild aufgenommen wurde, wenn es nämlich aus einem, ich sag mal, komischen Winkel aufgenommen wurde und man schaut, ja, so schräg auf das Gebäude, auch dann liegen diese Punkte nicht immer hundertprozentig aufeinander. Ich denke, da muss man auch immer mit einer gewissen Ungenauigkeit leben. Aber gut, ich suche jetzt hier mal noch den nächsten Passpunkt und ich nehme jetzt dann mal hier diese Verkehrsinsel, schauen wir mal, ob es die noch gibt. Genau, das müsste der Punkt hier sein. Naja, nicht ganz, aber ich setze jetzt hier trotzdem mal einen Punkt, sage dann wieder, ich möchte das in der Karte angeben. und nun bleibt mein Fenster eben stehen. Das heißt, ich kann das hier so ein bisschen schön zur Seite schieben, kann das dann jeweils immer vergleichen und kann dann hier meinen Punkt setzen und muss diesen dann mit OK bestätigen. Damit Kugels hier mein Luftbild nun möglichst genau einpassen kann, werde ich jetzt hier mal so an die zehn Punkte ungefähr setzen. Am besten ist hier möglichst über das ganze Bild verteilt. Und ja, damit ihr mir hier nicht ewig beim Passpunkte setzen zuschauen müsst, spule ich das Ganze natürlich ein bisschen vor und wir hören uns dann gleich wieder. So, ich habe jetzt hier einmal zehn Punkte erstellt und wir sehen jetzt hier, wenn wir jetzt vielleicht hier mal auf einen Punkt etwas reinzoomen, wir haben hier noch so einen roten Strich. Die Striche geben dann so ungefähr die Ungenauigkeit an beziehungsweise um wie viel hier das Bild verzerrt werden müsste, um hier ja die Punkte oder das Bild generell hier in die reale Welt zu übertragen. Das ist relativ normal. Ihr müsst euch vorstellen, je nachdem, mit welcher Kamera das Ganze aufgenommen wurde, in welcher Flughöhe, aus welchem Winkel das abfotografiert wurde, je nachdem verzerrt sich so ein bisschen der Blick beziehungsweise auch das Bild. Und es kommt hier natürlich auch darauf an, in welchem Koordinatensystem wir uns befinden. Und je nachdem sind halt die Verzerrungen dann unterschiedlich groß. Aber da wir auch schon von der Verzerrung sprechen, bevor wir hier das Ganze jetzt nun georeferenzieren, schauen wir hier nochmal in die Einstellungen. Wir haben nämlich hier einmal den Transformationstyp und hier gibt es unterschiedliche Typen eben. Der Transformationstyp ist im Endeffekt die Berechnungsmethode, mit der unser Luftbild hier eingepasst wird. Linear zum Beispiel bedeutet, dass das Luftbild hier nicht gedreht oder irgendwie verzerrt werden darf. Es darf lediglich, ja ich sag mal, im Ganzen skaliert werden. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr, ich breche das hier nochmal kurz ab, wenn ihr vielleicht ein Bild habt und ihr wollt das größer ziehen und ihr zieht das hier nur an einer Ecke größer, dann würde sich hier das Verhältnis ändern. Das wäre jetzt hier beim Transformationstyp Linear nicht erlaubt, sondern man dürfte das lediglich hier an einer Ecke nur größer und kleiner ziehen und dann eben an die richtige Stelle schieben. Das ist vielleicht etwas unpraktisch. Besser ist hier meist Polynomial 1. Das heißt, man darf das Bild oder das Bild wird beim Bedarf gedreht und auch das Bild wird, ja ich sag mal, verzerrt. Das heißt, es wird vielleicht an manchen Ecken eingepasst, an manch anderen aber nicht. Das bedeutet aber auch, dass die Pixelwerte nochmal neu berechnet werden müssen. Um euch das Ganze zu zeigen, würde ich jetzt hier erstmal mit Linear anfangen. Und genau, wir müssen dann noch ein Ziel-KBS, also ein Zielkoordinatensystem angeben und ich bleibe jetzt hier in der 25.8.3.2. Hier können wir dann noch eine Ausgabedatei definieren. Standardmäßig wird das, ja, der bisherige Pfad und auch der Name genommen und es wird hier einfach ein Unterstrich und modifiziert hinzugefügt. Das passt mir und als nächsten Parameter gibt es hier eine Abtastmethode. Das ist wirklich, wenn dann das Bild oder Luftbild hier im Endeffekt verzerrt wird und nochmal neu berechnet werden muss, welche Methode dann hier genutzt wird. Man kann auch noch Berichte erstellen und was man auch machen kann, man kann hier die Passpunkte einmal speichern, falls man das dann später nochmal bearbeiten möchte und ich habe jetzt hier auch den Haken gesetzt, dass mir hier mein georeferenziertes Bild dann ins Projekt geladen wird. Die Einstellungen übernehmen wir einmal so und ich führe das Ganze dann aus beziehungsweise die Georeferenzierung wird dann durchgeführt, wenn wir hier auf diesen grünen Pfeil oder hier auf diesen Play-Button drücken. Die Georeferenzierung läuft dann durch und wir sehen, das Bild wurde jetzt hier einmal eingepasst. Ich lasse das Fenster vielleicht auch, oder nein, ich schließe es jetzt mal, dann haben wir das wahrscheinlich besser. Wenn wir jetzt hier mal ganz grob in das Bild schauen und ich zoome vielleicht nochmal ein bisschen rein, gerade wenn wir jetzt hier uns diese Straße anschauen, diese Straße ist doch hier schon sehr deutlich verschoben. Ich kann es hier auch einmal ein- und ausschalten und beziehungsweise wenn wir mal hier auf diesen Straßenring hier zoomen und ich gehe vielleicht noch eins rein und wenn wir dann hier mal das Luftbild ein- und ausschalten, dann sehen wir, dass wir hier schon eine ziemlich starke Verschiebung haben. Beispielsweise wenn wir uns hier mal die Verkehrsinsel vom Anfang anschauen und dann haben wir hier eine recht große Verschiebung. Wie gesagt, das liegt jetzt hier am Transformationstyp und ich werde jetzt hier die Georeferenzierung nochmal starten. Ich nehme jetzt hier nochmal mein Luftbild und ich habe jetzt hier eben noch die Passpunkte, da ich sie ja gespeichert habe und ich stelle jetzt hier mal den Transformationstyp von linear auf polynomial 1 um. Wie gesagt, wenn ihr hier merkt, dass ihr mit der Transformation nicht ganz klarkommt oder zufrieden seid, dann kann es eben entweder an euren Passpunkten liegen oder eben hier am Transformationstyp und da müsst ihr dann einfach mal ein bisschen, ja, ich sage mal spielen oder ausprobieren, bis es dann, ja, richtig passt. Ich führe jetzt die Georeferenzierung nochmal aus und ihr habt es jetzt vielleicht schon gesehen, das Bild hat sich jetzt auch ein bisschen gedreht. Ich schließe hier das Fenster nochmal und genau, wir haben jetzt hier auf der obersten Ebene unser gedrehtes Bild. Hier darunter ist noch das ungedrehte Bild. Das mache ich jetzt nochmal aus. Und wenn wir jetzt hier dieses Bild mal anschauen und wir jetzt hier mal allein an der Straße schauen, dann sehen wir, dass die hier schon deutlich besser liegt. Zoomen wir hier auch nochmal rein, auch gerade nochmal hier auf unsere Verkehrsinsel und machen hier nochmal das Luftbild ein und aus, dann sehen wir, dass wir hier schon deutlich besser liegen. Ich zoome hier vielleicht nochmal ein bisschen rein, gerade wenn wir hier den Vergleich machen. Wir haben es hier noch nicht ganz genau getroffen, aber mir geht es hier auch nicht darum, hier ganz genau zu georeferenzieren, sondern euch zu zeigen, wie das hier geht. Aber das Ergebnis ist noch oder ist schon nicht schlecht. Eventuell kriegt man es noch ein bisschen besser hin, aber so ist das ja schon mal ganz gut. Ja, ihr wisst jetzt, wie ihr Luftbilder ohne einen Raumbezug hier mit Kugels an die richtige Stelle bekommt. Das war es jetzt hier auch schon wieder mit diesem Video. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben, abonniert auch den Kanal und haut auch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Und nun, wie immer an dieser Stelle, wünsche ich euch viel Spaß bei der Arbeit mit Kugels. Macht es gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.